Also dieses Jahr freue ich mich mal so richtig auf Weihnachten. Ich glaube das wird echt super. Super? Wir sind hier in Ostwestfalen. Hier heißt es immer noch nicht schlecht. Was für ein geiles Arminia-Jahr, oder? Der DSC ist die beste Zweitligamannschaft im Jahr 2019. Geiler geht es doch nicht, oder? Gegen Bochum hätten sie ruhig mal gewinnen können. Der Schuss sitzt bei Arminia Bielefeld. Also das gab zuletzt von Gerd Müller und das kann auch Torwinser machen. Und wir sind auch noch beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga mit Auswärtssieg-Rekord. In gelben Trikots. Es ist so einfach, wenn man es so gut macht wie Jaminia. Dieses Tor ist übertragen. Jeder Schuss ein Treffer. Der passt und der sitzt. Natürlich hämmert er den Rhein. Die ganze Saison über hatten wir hier so eine geile Stimmung. Und ich glaube, es ist auch schon wieder ein Zuschauer-Rekord drin. Ich finde es schöner, wenn es nicht so voll ist. Jetzt sind so voll. Und ich... Und ich... Jetzt bin ich ein, jetzt bin ich... Ich... Jetzt bin ich ein, jetzt bin ich ein, ich bin ein, ich bin ein! Stille Nacht, heilige Nacht, Ostwestfalen, Ostwestfalen, hey, hey, Ostwestfalen, Ostwestfalen, hey, hey. Hm, dieses Jahr freut mich mal so richtig auf Weihnachten. Ich glaub, das wird nicht schlecht.